Es war ein Klimaprotest der ungewöhnlichen Art. Zwölf Klimaaktivisten der Bewegung Lausanne Action Climate drangen in eine Bankfiliale der Credit Suisse in Lausanne ein und spielten Tennis. Für das Geldunternehmen war das Hausfriedensbruch. Anfang der Woche landete das Ganze vor Gericht. Die jungen Leute wurden jedoch freigesprochen. Mit der Aktion wollten sie anprangern, dass die Bank in Firmen investiere, die fossile Brennstoffe fördern. Credit Suisse wies die Anschuldigungen zurück, klimaschädliche Geschäfte zu betreiben. Man wolle zukünftig eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen, so die Bank. Unterstützung erhält das Geldunternehmen dabei vom Schweizer Tennisspieler Roger Federer, mit dessen Gesicht sie wirbt. In den Augen der Klimaschützer sei Federer ein Markenbotschafter für die Credit Suisse und repräsentiere sie öffentlich. Der Weltranglisten Dritte verteidigte sich. In einer Pressemitteilung erklärte er, dass er die Bedrohung durch den Klimawandel sehr ernst nehme. Er habe großen Respekt und Bewunderung für die Jugendklimabewegung. Zuvor wurde er auch von der Aktivistin Greta Thunberg für seine Verbindung mit der Credit Suisse kritisiert. Die Schweden nahm am Freitag in Lausanne mit mehreren tausend Menschen an einer großen Klimademonstration teil. Vor einem Jahr wurde die Schweizer Bewegung climatestrike.ch ins Leben gerufen. Die 17-jährige Aktivistin will in der kommenden Woche am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen. Untertitelung im Auftrag des WDR